Und auf was ist los? Der Bausch geht los! Ein Steiger-Bahn-Befehl! Ja, 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 ja! Von vor kommt der Bösch aus! Der war korrupt! Immer! Ja, nein, ja! Ich kann, der muss uns auf der Fählung schrecken. Ich will sagen, fach! Sack für mich! Ja, 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 ja! Und auf was ist los? Woher kommt die Schisserei? Ja, vielleicht schon mal! Fägelein! Rein ins Himmel! Bewegungsunfähig! Wir können denken, ob Viktor und Fägelein möglich sind. Fägelein! Wir sind Soldaten, wir haben uns ein Eid auf den Führer geleistet. Noch für Touristen, rück dich zur Karriere! Fägelein! Rein ins Himmel! Kapitulieren niemals! Von der Eid und Zahre nun an selbstständig zu denken. Ein der anderen Feindländer haben ein Zeitpunkt! Fägelein! Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Wir haben heute einen anderen Macher. Tun Sie, was Sie wollen. Das waren exakt seine Worte. Fägelein! 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 Fägelein!